Herzlich willkommen auf dem Track B der TUX-Tage. Man kennt mich vielleicht, ich bin der Micha von den TUX-Tagen und ich begrüße euch recht herzlich hier auf dem Track B. Der B-Track ist bei uns immer so der Track für die etwas interessanteren oder nischigeren Themen, sage ich mal. Heute haben wir nämlich im Angebot Map Composer, so erstelle ich eigene OSM-Karten für das Garmin-GPS-Gerät und oder den Desktop, Storyboards und Skripte mit MK-Docs für OBS, auch sehr interessant, Micro-Python, Micro-Controller mit Python in Tony auf Linux programmieren oder seine Server richtig absichern, felsenfeste Backup-Systeme vorgestellt. Das macht dann der Genre so als Abschluss. Ja, und wir fangen mit mir an, sage ich mal, mit der Vorstellung von ButterFS. Dementsprechend würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und starten gleich rein und ich teile mal das passende Fenster und ich würde sagen, es geht los. Passt das Regime? Ja. Gut, wenn nichts ist, dann mache ich weiter. Genau. Ich möchte euch heute ganz gerne so ein bisschen BTRFS vorstellen. Die sprichwörtliche Kuh im Raum, sage ich ganz gerne und warum es halt einen Blick wert ist und was ich bis jetzt darüber gelernt habe. Kurz mal zu meiner Wenigkeit, Michael Kraft. Ich bin Admin mit Schwerpunkt auf Linux und Free- und Open-Source-Software. Bin seit Ubuntu 11.10 dabei, ich sage mal im Thema drinnen. Betreibe einen Blog, sendofsinner.de, wo es eigentlich rund um Technik, Linux, Open-Source-Software und Gaming auf Linux geht. Seit 2016 bin ich auf Twitch unterwegs, twitch.tv slash sendofsinner. Da ist auch der Schwerpunkt Gaming auf Linux und eben technische Themen. Letzte Woche haben wir zum Beispiel uns ein Upcash in Docker gebaut. Bin Teil des Tux-Tageteams, wie ich schon gesagt habe. Hab auch schon mal das ein oder andere Vertretungsvideo bei Jean auf Linux-Guides gemacht. Bin mit beim Tux-Flash-Podcast dabei und leite und organisiere den auch. Und falls jetzt ein Fan da ist und fragt, wann kommt die nächste Folge? Ich weiß, ist in letzter Zeit sträflich vernachlässigt worden. Ich gelobe Besserung. Ich bin aber auch kein ButterFS-Entwickler und möchte euch jetzt einfach nur mitnehmen. Aus Anwender-Sicht, aus vielleicht auch Admin-Sicht und dementsprechend wird das Ganze hier jetzt nicht wirklich so extrem tiefgreifend. Das ist eher so eine Vorstellung. Was ist damit möglich? Was macht es vielleicht besser? Dementsprechend hier kurzer Ablauf. Wir werden etwas Theorie rannehmen. Wirklich nur so einfach gestrickt, dass ich, denke ich, mal jeden abholen kann. Zum Schluss kommen wir dann noch so an einen Praxisteil, wo ich ein bisschen zeige, was ist für mich das Ideal in meiner Forschungsreise gewesen. Wie richtig ButterFS rein, um das wirklich meiste rauszuholen. Und wieso bin ich oder wie bin ich dazu gekommen, mich überhaupt damit zu beschäftigen, ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant. Dementsprechend kommen wir zum Wichtigsten. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, was jetzt wirklich der richtig offizielle Name ist. Es wird BTRFS genannt, ButterFS, BetaFS, B3FS. Ist alles das Gleiche. Dementsprechend, ich kann es euch nicht sagen. Ich werde es hier so neutral wie möglich aussprechen, wie es geht, als BTRFS. Kommen wir einfach dazu. Was ist BTRFS? BTRFS ist ein Copy-and-Write-Dateisystem. Kurz auch KAU genannt. Ist unter der GPL und seit 2013 stabil. Oder als stabil released. Man hört ja immer noch ganz gerne, äh, ButterFS, das ist noch nicht so wirklich fertig. Ist es eigentlich schon. Hat nur ein paar Sachen, die noch nicht so wirklich stabil sind. Dazu komme ich später. Ist Teil des Linux-Körnels. Bedeutet also, ihr braucht keine weitere Software, um damit umgehen zu können. Hat auch interessante Features, die EXT4 nicht hat. Vergleichen wir mal ganz kurz, weil wir EXT4 mal kurz in den Mund genommen haben. Was ist so der Unterschied? So rein von den Zahlen her. Partitionen können hier bei ButterFS bis zu 16 Exibyte benutzt werden. Bei EXT4 ist es nur ein Exibyte. Unten ist mal so eine ganz grobe Einschätzung, von welchen Zahlenmengen wir hier reden. Oder Dateimengen. Dementsprechend ist noch eine Weile hin, bis wir da hinkommen. Aber, ähm, BTRFS wäre da deutlich zukunftssicherer. Allein von der Datenmenge. Es ist ja auch neu. Man muss auch dazu sagen, ich möchte hier kein EXT4-Bashing betreiben. EXT4 ist ein absolut solides Dateisystem. Ist aber schon lange Zeit nicht mehr weiterentwickelt worden. Oder ein Nachfolger ist, laut meinen Infos, noch nicht in der Mache. Maximale Dateigröße bis zu 16 Exibyte. Da kann EXT4 nur mit 16 Tibibyte umgehen. Das ist auch nochmal ein signifikanter Unterschied. Maximale Anzahl von Dateien 18 Billionen im Vergleich zu 4 Milliarden. Also wer sich jetzt schon überlegt, wie tue ich meine NAS in Zukunft aufbauen, mit welchen Dateisystemen. Vielleicht ist BTRFS eine Überlegung wert. Ganz kurz für alle, die nicht wissen, was Copy and Write ist. Ich habe es mal wirklich versucht, in zwei Stichpunkten von der grundlegenden Funktionsweise, was das Ganze so besonders macht, einzudampfen. Bei Copy and Write ist es so, dass Änderungen nicht überschrieben werden. Jede Dateiänderung an einer Datei, da wird die Datei nicht überschrieben, sondern diese geänderte Datei wird extra weggeschrieben in einem freien Bereich und dorthin kopiert. Dann werden ein bisschen im Hintergrund Metadaten, Checksummen gebildet, ob das alles gesund ist. Das schützt nun mal vor Datenverlust. Ist ein sehr großer oder interessanter Punkt an einem Copy and Write Dateisystem. Ich weiß gar nicht. Mir persönlich ist es noch nicht oft passiert, dass Kopierfehler oder Dateifehler wirklich so passiert sind. Eigentlich glaube ich nur einmal und das war zu verschmerzen bei mir in meiner gesamten Karriere, sage ich mal. Das ist noch okay. Den einen oder anderen ist das vielleicht schon öfter passiert. Was passiert jetzt beim Copy and Write Dateisystem, wenn eine Datei kopiert wird, aber nicht verändert wird? Ja, die wird nicht wirklich kopiert, sondern einfach nur referenziert. Da wird einfach im Index oder in den Metadaten ein Referenzpunkt gebildet, was da halt immens von Vorteil ist. Das ermöglicht kleine Snapshots. Darum gucken wir uns das Ganze ein bisschen in der Praxis an. Dementsprechend hoffe ich, zumindest grundlegend euch mal näher gebracht zu haben, wie Copy and Write im Vergleich zu einem klassischen Dateisystem funktioniert. Was macht jetzt BTRFS so besonders? BTRFS ist wie jedes Copy and Write Dateisystem. Da gibt es zum Beispiel ZFS als geistigen Bruder, sage ich mal so, für die Speicherung von Daten. Von großen Datenmengen mitunter gedacht und auch über lange Zeiträume. BTRFS ist selbstteilend durch diese Checksummen, die ich schon mal kurz angeschnitten habe und diese Metadaten. Was BTRFS genauso besonders macht, sind diese Snapshots, auf denen wir noch eingehen werden. Und eben, was auch ganz interessant ist, Dateikomprimierung. Kann zum Beispiel mit Zlib, LZO oder ZStandard oder ZSTD gemacht werden. Kurz mal kleiner Praxistipp. Je weniger geschrieben wird, desto länger lebt eine SSD. Deswegen diese Komprimierung. Und man muss auch sagen, BTRFS ist eher für SSDs gedacht oder angedacht, als für HDDs. Was auch interessant ist, was wir uns gleich angucken werden, im Praxisteil, Subvolumes. Subvolumes machen den Umgang mit Dateien richtig verrückt und richtig interessant. Da kommen wir aber im Praxisteil dazu. Was man aussagen muss, so cool das Ganze alles jetzt klingt, gibt es leider auch ein paar Schattenseiten, beziehungsweise ein paar Punkte, die ich gesehen habe, wo die Leute sagen, BTRFS oder BTRFS ist alles nicht so wirklich fertig. Das ist alles noch nicht wirklich stabil. Ja, wenn man das im Gänze betrachtet, sind ein paar Teilfeatures noch nicht wirklich fertig. Zum Beispiel die eingebaute RAID-Funktion. Die ist noch nicht so stabil, wenn es darum geht, ein RAID 5 oder ein RAID 6 damit zu realisieren. Da kann man sich aber behelfen mit einem einfachen Hardware-RAID oder mit MD-ADM. Ansonsten, das RAID 1 und 0 eingebaut im BTRFS ist stabil und produktionsfertig oder production-ready. Was auch noch nicht drin ist, was aber angedacht ist, ist eine Verschlüsselung auf Dateisystem-Ebene. Auch da kann man sich aktuell noch mit Lux behelfen, wenn man das haben möchte oder braucht. Und dementsprechend gibt es da quasi noch so einen Kniff drumherum. Fragmentierung ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, Fragmentierung habe ich seit, weiß ich nicht wie lange, nicht mehr im Kopf gehabt. Früher, als man auch so mit so einem Windows-Rechner irgendwie unterwegs war, die Kiste wurde immer langsamer, da musste man mal defragmentieren. Da ist das, glaube ich, das letzte Mal, wo ich wirklich mich mit Dateifragmentierung auseinandergesetzt habe. Das ist aber auch schon einige Monate her, sage ich mal. Ja, aber Fragmentierung spielt wieder bei so einem Copy-and-Write-Dateisystem eine theoretische Rolle. Einfach durch die Funktionsweise, durch das Snapshot-Anlegen, durch das Kopieren von Dateien, beziehungsweise das Schreiben von neuen Dateien, ist da schon eine theoretische Fragmentierung oder er ist eine Fragmentierung vorhanden, die aber eigentlich nicht mehr ins Gewicht fällt und wenn dann doch mal was sein sollte, kann man immer noch händisch defragmentieren. Gucken wir uns auch gleich an. Und zwar eigentlich würde ich da jetzt dazu hinspringen, so ein bisschen in den Praxisteil zu gehen. Dementsprechend würde ich einfach mal loslegen. Kommen wir einfach mal dazu. Hier sehen wir jetzt wirklich ganz einfach, in Anführungsstrichen installiert, das Ubuntu 22.04, auf dem ich BataFS installiert habe. Und da möchte ich euch jetzt so ein bisschen so den grundlegenden Umgang erklären oder ein paar Kniffe vielleicht sogar zeigen. Regie ist gut so, die Kulze, denke ich mal. Gut, gut abgeschätzt. Sehr schön. Genau. Btafs. Durch das Copy and Write ist es nun mal so, dass euch df-h nicht mehr exakt die Wahrheit sagen könnte. Einfach durch die Copy and Write-Funktionalität, Metadaten, wie schon angesprochen. Da gibt es aber einen einfachen Kniff drumherum. Es gibt btafs. Die Syntax ist relativ einfach von btafs, wenn man damit im Terminal umgeht. Eigentlich immer btafs und dann eigentlich das, was man machen möchte. Ich will jetzt vom File-System... Guten Morgen sind die Finger noch nicht so wirklich warm. Als System. F minus H. Und das Ganze auf... Ups. Na? Shift-Klemm bei mir. Das ist doof jetzt. Da sieht man dann so ein bisschen eine andere Übersicht, was hier los ist. Aber hier sieht man dann die wirklichen Datenmengen, die verbraucht werden. System dupliziert Metadaten. Mitunter was angelegt ist. Das ist das, was mitunter df-so nicht mehr sehen kann. Sollte euch im Umgang mit btafs beim freien Speicher irgendwas komisch vorkommen, ist das der erste Anlaufpunkt, um mal zu gucken, wo klemmt es gegebenenfalls. Oder wo geht euch vielleicht der Speicher aus. Was man auch machen kann, ist hin und wieder mal diese Checksum und Metadaten abgleichen, überprüfen. Das ist mit... Wie gesagt, Syntax ist einfach. D-R-F-S. Das ist mit dem Scrub-Befehl zu realisieren. Das Scrub-Befehl macht jetzt nichts anderes, als mal zu gucken, stimmen meine Metadaten noch mit der Realität überein und passt das soweit. Und das macht man auch Start und auf das Dateisystem, was man überprüfen möchte. Das läuft dann im Hintergrund. Möchte man das mal angucken, was da läuft, aus dem Start einfach einen Status machen und schon sieht man, läuft, ist ungefähr bei einem Viertel angelangt und hier unten findet man dann relativ schnell raus, ob es irgendwelche Probleme gab. Irgendwo gegebenenfalls Dateikorruption oder Komprimittierung, nicht Korruption, Entschuldigung, vorliegen. die werden dann auch in der Regel selbstständig wieder gerade gerückt. Gehen wir nochmal kurz rein. Fast fertig. Virtuelle Maschine ist relativ klein, da geht das schnell. Und sollte genau, ist durch. Ist durch, hat hier in dem Fall 41 Sekunden gedauert, keine Fehler gefunden. Sehr schön. Das kann man regelmäßig mal machen, das tut nicht weh. Das, was wehtun kann, wenn man eine SSD benutzt, ist das Defragmentieren. Das sollte man nur dann machen, das ist auch von Batafs oder Btafs. Man merkt schon, ich versuche gerade wirklich zu hinterdrücken, wie ich es ausspreche. Ich kriege es leider nicht gut hin. Das ist selber von Btafs, Btafs von dem Wiki gar nicht so empfohlen, wirklich oft zu defragmentieren. Es gibt auch die Möglichkeit einer automatischen Defragmentierung. Selbst da wird auf SSDs strikt von abgeraten. Da ist einfach der Fakt, dass man eine SSD damit immens in der Lebenszeit einschränkt oder diese Lebenszeit immens verkürzt. durch eben die Defragmentierung geschuldeten Schreib- und Leseprozesse, die einfach so eine SSD irgendwann an ihre Grenze bringt. Es ist wirklich vorgesehen, eine Defragmentierung nur dann zu machen, wenn einem gefühlt, sage ich mal, etwas langsam vorkommt. Und selbst da ist Syntax, wie gesagt, relativ einfach. Btafs Ich möchte das File System defragmentieren an dem Punkt. NSR für Repair und dann auch das Dateisystem. Ich mache es jetzt nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das dauern könnte in der virtuellen Maschine. Und ich möchte hier meine Vortragszeit nicht sprengen, sage ich mal. Ich habe die vielleicht ein bisschen relativ knapp gewählt. Muss ich auch zugeben. Macht aber nichts. Kommen wir zum Interessanten. Snapshots. Snapshots sind eine immens nützliche Sache bei so einem Copy-and-Write-Dateisystem. Ich räume mal kurz auf, damit man das ein bisschen schöner sieht. Snapshots sind in der Regel immer Subvolumes, die angelegt werden. Und Subvolumes sind ja, Subvolumes sind eigentlich fast wie Ordner angezeigt im Dateisystem, wenn wir hier gleich ein LS drauf machen, aber eigentlich kein Directory oder kein Ordner in dem Sinne. Die sind ein bisschen speziell. Kann man aber wirklich wie Ordner benutzen und mounten, wie man lustig ist, rein theoretisch. Gibt natürlich praktische Grenzen, gucken wir uns gleich an. Möchten wir jetzt uns angucken, was wir an Subvolumes haben. geht das mit WTRFS Subvolume List und wieder angeben, für welches Dateisystem oder für welchen, ja doch, für welches Dateisystem man das machen möchte. Hier sehen wir jetzt, dazu komme ich gleich in der Praxis, also in der Praxis sind wir, aber am praktischen Beispiel. Wir haben einmal unser Volume Add, da ist mein Root-Dateisystem drinne und Add Home, da ist mein Home-Verzeichnis drin. Und der Rest, kommen wir gleich zum Tooltip, sind Timeshift-Snapshots, die automatisch erstellt wurden. Man kann jetzt auch mit ButterFS Subvolume List Minus P sich sogar noch ein paar mehr anzeigen, wenn man nicht alle sieht oder vermisst. Mitunter lasse ich mir hier schon eigentlich alle anzeigen, die es gibt. Aber P ist für Parent oder Child, mitunter werden die von Snapper hier nicht ganz korrekt angezeigt, ohne das Minus P. Nur so als kleinen Tipp. Hier mein Beispiel geht auch ohne das Minus P, aber mit Minus P sieht man einfach alles oder mehr. Mitunter sieht man hier sogar Docker, ButterFS-Schichten. Ist jetzt aber nicht Teil meiner Präsentation hier, dass wir hier noch Docker mit reinbringen. Das würde dann wirklich den Rahmen komplett sprengen. Wir werden jetzt einfach mal so ein Snapshot anlegen auf der Command-Line oder auf dem Terminal. WTFS-Volume Snapshot. Dann einfach die Quelle angeben. Ich möchte einfach mal mein Home und das Ziel. Ich habe hier schon im Vorfeld mir auf Slash Snapshot ein Snapshot Ordner angelegt, wo ich die ablegen kann. Das muss im Vorfeld die macht er ja und das macht er nicht automatisch mit. Ist jetzt aber auch kein Beinbruch. Home Minus 1 sage ich mal. Man sieht, wie schnell das eigentlich geht und da sind wir bei einem der großen, großen Stärken von BTRFS oder Copy & Write Dateisystem. Ich kann mal kurz zeigen, wie das Ganze jetzt dort aussieht. Dort ist eigentlich quasi mein Home noch mal eins zu eins vorhanden als Snapshot. Das könnte ich mir jetzt einbinden, wo ich möchte, noch mal mit Mount Befehl und quasi als Testumgebung benutzen, ohne wirklich aktiv in meinem Home was kaputt zu machen. Ich kann noch mal ganz kurz ein bei mir machen im Home oder das ist eins zu eins dasselbe. Das ist wie gesagt die Momentaufnahme von meinem Home Verzeichnis. Wie werde ich das Ganze jetzt los, wenn ich es nicht mehr brauche? Auch relativ einfache Syntax, um damit zu arbeiten. erst BTA fest. Einfach ein Delete und dann den Pfad angeben, wo wir es gerade abgelegt haben. Und Delete Subvolume und das auch in Rekordzeit. Der muss eigentlich nur seine Referenzen oder Referenzpunkte des Volumes entfernen und dann ist das wieder weg. Man sieht wie immens schnell das geht. Kommen wir mal zu einem Tooltip. Wer nicht so im Terminal arbeiten möchte, es gibt das Programm BTFS Assistant. Das kann mitunter eigentlich dasselbe an Informationsgehalt geben, was wir gerade auf dem Terminal gemacht haben. Es gibt so ein bisschen die Infos raus vom df minus h was gerade benutzt ist, wie es benutzt ist. Man kann hier auch händisch das Ganze aufräumen. Man kann hier ein Scrub machen oder sich die Subvolumes nochmal angucken. Und hier hat man nämlich das Problem, dass man nicht alles sieht. Hier unten gibt es dann nochmal den Punkt Include Timeshift and Snapper Volumes. Dann sieht man jetzt genau das gleiche wie gerade eben auf dem Terminal. Und man kann damit auch genauso arbeiten theoretisch wie wir es auf dem Terminal gemacht haben. Wir könnten hier einen anklicken und den löschen. Wir könnten den sogar zurückspielen, wenn wenn wir das möchten. Das machen wir gleich auf anderem Wege. Genau, das als Tooltip. Für alle, die sich fragen, was der Punkt hier Balance ist. Balance ist dann wichtig für BTRFS Rate Systeme. Einfach Balance macht nichts anderes, um zu gucken, ob auf den einzelnen Teilen des Rates auch wirklich die gleichen Informationen liegen. Beispielsweise liegt auf Mirror wirklich auf Platte A oder Partition A dasselbe wie Partition B. Das macht mitunter ein Balance ist jetzt aber gerade für uns nicht wichtig, weil ich hier keine Rate habe. Ja, was bringt uns das alles eigentlich? Beziehungsweise für was ist es gut? Und wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Da muss ich gerade mal ein ganz kleines bisschen ausholen. Mich hat immer gestört, auf meinem Server, auf meinem Homelab zum Beispiel. Wer mich von Twitch kennt, der weiß, ich tue relativ viel zu Hause rum experimentieren und da hatte ich immer Timeshift als Backup Tool, was wirklich gut funktioniert und ich möchte es eigentlich nicht mehr missen. Das, was mich aber gestört hat, ich wirklich eine 1 zu 1 Kopie beziehungsweise eine Doppelung vor Dreifachung vor Vierfachung je nachdem wie viele Snapshots wir möchten und leg die wirklich auf der Platte ab, damit die im gegebenenfalls zurückkopiert werden können. Das fand ich doof, da dachte ich mir, da muss es doch was anderes geben. Dementsprechend bin ich bei Timeshift drauf gekommen, dass es hier auch BTRFS als Modus gibt und da ging meine Forschungsreise los und was man hier nämlich sieht im Timeshift ich hoffe das kriegen wir gut eingefangen das ist lesbar sollte sein ja doch ich würde sagen das ist lesbar kurze Info aus der Regie wenn es gerade nicht lesbar ist dann muss ich mir was einfallen lassen gut danke was man nämlich sieht die haben jeweils die Größe wie es auch wirklich belegt ist aber eben das was hier nicht freigegebener Speicher ist das sind wirklich die Differenzen zum Snapshot also das sind die eigentlichen Größen die es wirklich benutzen würde deswegen war für mich irgendwie dass der Startschuss der Forschungsreise was kann man mit btrfs alles machen in Verbindung mit Timeshift wir machen jetzt erstmal schnell Snapshot haben den sofort und ja eigentlich ohne Verzögerung erstellt was unglaublich genial ist finde ich weil wir jetzt nämlich gleich was kaputt machen werden da brauche ich einen Snapshot ich habe mal auf meinem Blog so einen Serviervorschlag gehabt für eine wirklich solide fast unverwüstliche Working Station da habe ich Debian als Unterbau genommen in meiner Experimentierreise und zwei Pakete hinzugefügt oder sind mir in meiner Forschungsreise begegnet das ist nämlich einmal eigentlich nur ein Hook Skript das bei jeder Abt Handlung also ein Abt Install Abt Remove einen Timeshift Snapshot erstellt und es gibt das Paket Grub BTRFS das macht nichts anderes als diese BTRFS Snapshots in Grub verfügbar und bootbar zu machen gucken wir uns gleich an ist eine richtig coole Methode um wirklich eine solide Working Station zu haben eine fast unverwüstliche Working Station weil man immer irgendwie zurückkommt ohne gleich in Panik verfallen zu müssen genau dann würde ich jetzt nämlich sagen achso warum und wieso weshalb warum ich überhaupt diesen Blog Beitrag gemacht habe ist nämlich BTRFS beziehungsweise BTRFS und Timeshift synergieren wunderbar miteinander wenn und das ist das große wenn was ich nicht mehr hier drin habe oder habe ich es noch drin habe ich nicht mehr drin doch habe ich wenn nämlich das ganze richtig installiert ist nämlich mit zwei speziellen Subvolumes Subvolume Add für das Routedateisystem und das Add Home für das Home Verzeichnis ist ansonsten weigert es nämlich sich nämlich Timeshift ButterFS Snapshots anzulegen das ist halt so hier in Timeshift integriert und implementiert worden und da kommt jetzt so ein bisschen die Krux ins Spiel Debian an sich lässt es zu dass man mit BTRFS installiert aber man muss da wirklich selber Hand anlegen damit das so funktioniert weil BTRFS wird unter Debian mit dem Subvolume Add RootFS statt Add installiert und dann hat man wirklich Probleme Timeshift zu benutzen deswegen hatte ich diesen Serviervorschlag auf meinem Blog gemacht andere Distributionen wie zum Beispiel Ubuntu deswegen habe ich hier ein Ubuntu um das mal ganz kurz zu zeigen die haben das schon richtig implementiert da kann ich mal ganz kurz zeigen wenn man dort nämlich in die erweiterten Installationseinstellungen geht oder den erweiterten Installer bei Installationsart etwas anderes nimmt und dann selber händisch partitioniert das ist jetzt wirklich das einfachste vom einfachsten wie man partitionieren kann im EFI System hat eine EFI Partition und den Rest einfach als BTRFS Einhänge Punkt Slash oder gut dann macht das Ubuntu schon für einen quasi so dass es zwei Subvolumes gibt at und at home und dann funktioniert das richtig gut mit BTRFS und wie gut das funktioniert und wie einem das nützen kann würde ich jetzt mal zum Abschluss ganz kurz zeigen wollen indem wir nämlich einfach mal ganz schnell und unkompliziert wegschmeißen ich versuche jetzt irgendwie ein hoppala zu simulieren dass irgendwas schiefgelaufen ist und wenn wir jetzt rebooten sollten wir eigentlich nicht mehr auf eine grafische Oberfläche kommen wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe und kein Denkfehler hoppala ich komme nicht mehr in mein System rein würde jetzt der ein oder andere sagen ja jetzt haben wir nämlich ein Problem oder irgendein anderes Problem simulieren wir jetzt dementsprechend einfach mal neu starten Neustart jetzt kommt nämlich die Synergie zwischen diesen Autosnap App und eben Grub Butterfs zum Vorteil zum Vorschein man hat hier nämlich dann im Grub Ubuntu Snapshots und hier haben wir unsere Butterfs Snapshots das war jetzt der Snapshot den er angelegt hat durch Autosnap App bevor ich die Gnom-Schelle deinstalliert habe wenn wir den jetzt auswählen können wir hier nochmal den Kernel wählen nehmen wir den neuesten und sofort rein booten und sind wieder quasi an dem Punkt bevor uns da ein böser Fehler passiert ist oder uns ein Update oder oder uns die Maschine zerstört hat und könnten sofort on demand wieder weiterarbeiten man muss aber noch eine Kleinigkeit machen das sage ich jetzt mal nur für das zeige ich jetzt mal nur für die Oberfläche weil wir sind jetzt quasi live in dem Snapshot drin damit er wieder neu bootet müsste man jetzt FS-Tab ein bisschen was ändern das würde jetzt aber denke ich mal noch den Rahmen sprengen das zu zeigen wir machen einfach letzter Snapshot wiederherstellen dann macht das nämlich Timeshift für uns sehen wie schnell das geht sind fertig und können jetzt wieder mit einem Neustart wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe hier oben Ubuntu auswähle wie gewohnt wieder in unser System booten so als wäre nichts gewesen schnell kurz und schmerzlos und das sind nur einige Vorteile von BTRFS und ich denke mal dass ich an der Stelle das Ganze jetzt als kurzen Umriss um BTRFS und alles so stehen lasse ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit wir können gleich Fragen beantworten oder später in dem Jitsi Raum je nachdem sind Fragen aufgekommen Ja da hat jemand gefragt wie du deine Shell Prompt angepasst hast das fragen ich ganz viele angepasst hast guck bei mir auf dem Blog da sind zwei Artikel dazu drin kann ich dann auch nochmal das können wir nochmal im Raum dann klären wenn das oder den Link dann posten gibt es bei mir auf dem saintofsinner.de Blog zwei Sachen ach guck mal Updates hat er auch ansonsten noch Fragen aktiv gerade Philipp ansonsten nicht wie gesagt ich bin gleich noch in dem Raum da verfügbar falls sich jetzt keiner traut dementsprechend bedanke ich mich ich habe ein wenig überzogen das tut mir leid ja ich bin fertig danke für eure Aufmerksamkeit wir sehen uns nachher wieder ich bin wieder in zwei Talks dabei dann auch nicht mehr so gehetzt ich musste das jetzt ein bisschen zusammenraffen ist mir aufgefallen ja danke